Willkommen zurück zu einem neuen Clash Royale Video und heute machen wir weiter mit unserem momentan Lieblingsspiel, was schon seit Jahren populär ist eigentlich, nur jetzt mittlerweile mehr, weil die SLS Spiele einfach so gut updaten, das ist wirklich geil Leute. Und ich habe das Gefühl, die packen wieder mehr Energie in das Spiel ein, okay, was mir sehr gefällt. Aber wir machen heute weiter, wir werden heute weiterspielen und mein Ziel ist es, erstmal einfach nur zu zocken. Wir zocken einfach nur, okay, wir haben kein richtiges Ziel. Schön wäre es aber, wenn wir es zu 5000 Trophäen schaffen würden, weil wir haben momentan nur, in Anführungsstrichen nur 4573. Nun ist es mittlerweile so, dass, wenn wir gewinnen, bekommen wir mehr Trophäen, als wenn wir verlieren. Okay, das ist wichtig zu wissen Leute, deswegen, ja, jetzt so wie wir das wissen, können wir glücklich sein und zocken würde ich sagen. Und ich hatte noch gar nichts geplant Leute, ich habe das Video einfach so gestartet. Uh, epische Tour, ich mache es mal Leute, 10.000, oh, 20 epische, oh, sehr schön. Oh mein Gott, oh, oh, gute Leute, sehr gut. Nicht schlecht, nicht schlecht, auf jeden Fall habe ich so richtig viel Münzen und deswegen nehmen wir einfach dieses Deck hier, weil ich kann sowieso meinen Mega Manion hier verbessern. Was richtig geil ist, der ist Level 11, einer meiner Lieblingskarten. Und naja, wie gesagt, was habe ich hier, oh, das kann ich abholen, sehr schön. Und ich würde theoretisch auch noch gerne das hier mal ganz nach unten schaffen, weil irgendwie habe ich nicht so viel gespielt. Ich habe gar nicht gespielt, aber vielleicht könnte ich das mal wieder livestreamen oder so. Das wäre ganz witzig Leute, wenn wir das Spiel livestreamen würden. Also ja, lasst mal sehen, was können wir machen gegen Daytona. Okay, interessant. Na, ich setze mich mal anders hin Leute. Okay, Konzentration, Konzentration, okay. Let's go. Okay, ja, machen wir den hier. Mega Lakai, okay, Archers. Du musst wieder reinkommen, Leute, erstes Spiel des Tages übrigens. Nur mal so zur Info. Ich weiß nicht, ob das, ich überlege. Nee, aber das war schon okay. Wir können Konter pushen. Ist komplett okay, Leute. Und wenn er irgendwas hat, können wir das ja Fireballen oder, ne, okay. Lassen wir es mal so stehen. Lassen wir es mal so stehen, Leute. Was machen wir? Okay. Ich muss nichts machen, oder? Ich glaube, ich habe mehr Alex hier als er. Ja, er hat ziemlich viel ausgegeben. Außerdem hat er, ja, er hat ziemlich viel ausgegeben. Ich muss mehr als er haben. Glaube ich, hoffe ich. Ich bitte. Oh, what? Alter, das ist ja nicht so geil, ne? Was du da machst, Bruder? Nee, jetzt ist es echt nicht so geil. Wir schubsen ihn sogar weg. Oh mein Gott, das ist echt gut, Leute. Ich glaube, ich glaube, er hat verkackt, Leute. Ich glaube, er hat wortwörtlich verkackt. Ja, ey, wir haben gewonnen, oder? Komm schon. Komm schon. Alter, es ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Okay, es sind nur Level 10er. Muss man dazu sagen, es ist nur Level 10er. Später werden die ein bisschen mehr Level. Nur ich wurde halt zurückgesetzt. Ich hatte schon 5000. Nur ich wurde zurückgesetzt. Leider, aber ist okay. Gehen wir gleich noch aggressiver rein, Leute. Whatever. Let's go. So, oh, er hat gesagt. What? Bro. Okay, jetzt können wir den hier machen und den hier machen. Nicht schlecht. Das war das erste Spiel. Okay, leider ist es ein bisschen blöd, weil er war... Was war Level 10er? Aber ist halt so, Leute, okay? Das Spiel ist... Ist auf jeden Fall Pay to Win, okay? Nicht immer, aber meistens. Weil, ja, im Endeffekt, je höher eure Level sind, desto mehr Vorteil habt ihr. Natürlich könnt ihr, wenn ihr gut seid, gegen einen Level 12er gewinnen. Okay, das geht. Aber es ist auf jeden Fall ein Nachteil, okay? Das muss man wirklich dazu sagen. Okay, lass mal sehen. Hör auf zu weinen, okay. Oh, Level 10er schon wieder. Normalerweise dürft ihr es nicht gegen einen verlieren. Es sei denn, er spielt wirklich besser als ich. Was aber, seien wir ehrlich, nicht der Fall ist. Ich meine... Nee, das ist nicht der Fall. Wir fahren mit dem Megalaka, Leute. Vielleicht spielt er sogar besser als ich. Wer weiß es schon? Uh, nicht schlecht. Okay, klasse, Leute. Ziemlich klasse, auf jeden Fall. Machen wir den hier. Okay. Ich werde jetzt einfach mal das hier machen. Damit er einmal schießt. Genau, der verliert mit seinen Dings. Er muss da. Okay, nicht schlecht. So. Oh mein Gott. Okay, das ist okay. Er ist per Magistanz. Sehr schön, Leute. Jetzt wir haben Prinz ein. Prinz, Prinz, Prinz. Let's go. Damit er nicht konterpushen kann. Und er mit der Magie überlebt. Und er muss in seinen eigenen Magie einsetzen. Der jetzt allerdings mega tot ist, Leute. So mega tot. Und wir kriegen so noch einen Schlag. Okay. Das war ziemlich gut. Da hatte das wenig mit Level zu tun, okay? Es gibt ein paar Karten, die sind Level unabhängig. So wie Sparky. Sparky oder Skelettarmee. Also wenn ihr, sagen wir, zum Spiel wirklich wenig... Also ich sehe ja manche Leute, die schaffen es mit Level 1 zu 4000 Trophäen, okay? Okay, wenn ihr... Oh, jetzt setzt das ein. Ich werde Feuerballen, Leute, weil... Ja, ich brauche meinen Magier für Sparky. Wenn ihr zum Spiel mit Einzeit oder so oder ein niedriges Level habt, dann macht es so einfach so, dass ihr Karten benutzt. Wie zum Beispiel Sparky oder andere Karten, die halt, ja, anders sind. Okay. So. Jetzt können wir den hier machen. Und wir machen den hier. Ist das okay so? Ich glaube ja, ne? Ja, aber Sparky ist halt gefährlich, ne? Kann man nicht anders sagen, Leute. Können wir mal was haben? What? No. Was ist da passiert, Alter? Achso, er hat ihn zu spät eingesetzt. Wow. Jetzt müssen wir normalerweise einfach nur verteidigen, ne? Jetzt müssen wir nur verteidigen, Leute. Hmm. Hier wollen wir das machen. Oh Gott, okay. Machen wir den hier. Machen wir den hier. Okay, sein... Ja, er sollte sterben. Nehmen wir mal den hier. Lass mal sehen. Sepp, irgendwas? Ja, nicht wirklich. Brauchen wir nicht. Okay. Hm. Wie machen wir das jetzt? Tja, gute Frage. Machen wir mal den hier. Oh, warte mal. Jetzt hat er das... Jetzt kann er sein Spark einfach benutzen, ne? Stimmt, Leute. Nehmen wir den Prinz. Ich hoffe, ich komme wieder zurück zu meinem Elektromagier. Das wäre richtig geil auf jeden Fall. Das ist mir ein Megalakaien ein. Ja, das ist sehr schwer für ihn natürlich. Sehr schwer. Ja, normalerweise war es das, oder? Das war es. Das muss es gewesen sein, Leute. Er spielt halt mega aggressiv, um noch irgendwie zu gewinnen. Aber es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, okay? Okay, gehen wir weiter, Leute. Wie gesagt, 5000 Trophäen habe ich ja schon geschafft. Jetzt vor allem, wo mein Megalakaien noch aufgelevelt ist, sollte das auch klappen. Also, das soll nicht das Problem sein. Außerdem sollten wir mindestens 10 Spiele machen, Leute, weil ihr könnt sehen, 4600... Ich meine, da oben diese... Was rede ich eigentlich? Da oben diese Leiste. Man kann da so viele Sachen freischalten, nur durch Spielen. Und 4600 Trophäen sind wenig. Aber na gut. Let's go, Leute. Ich habe das übrigens gegessen. Mein Magen fühlt sich voller, Leute. Aber ich muss sagen, ich liebe es absolut. Ja, chillen wir erst mal ein bisschen. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hm. Ja, jetzt setzen wir Elektromage ein. War das die Mösserentscheidung? Nee, eigentlich nicht. Definitiv nicht, Leute. Definitiv nicht. Okay. Jetzt mal den hier ein. Bei Mager ist halt so ein Ding, ne? Oh mein Gott. Oh, nee. Das war richtig schlecht gespielt. Level 9er. Oh, nein. Oh, nein, Bruder. Oh, nein. Ey, Leute. Wenn ich gegen ihn verliere. Nur weil ich nicht weiß, was ich da tue, haben wir ein Problem. Alter, Level 12 war Mager aber. What the freak? Level 12 war Mager, hat er. Okay, wir wollen keinen Schaden bekommen. Ich hätte loggen sollen, aber ist okay. Level 12 war Mager, also das ist halt so das Ding. Level 10, das ist auch... Damn. Okay, also klasse, Leute. Was für Karten er hier hat. Er hat Skeletterarmee. Das ist wichtig zu wissen. Definitiv. Kann man nicht anders sagen. Skeletterarmee können wir selben. Das lockt er, aber das wird trotzdem Schaden bekommen. Nur sein Turm ist halt super schwach. So richtig schwach, weil er Level 9 ist. Er hat zwar gute Karten, aber sein Turm hat viel weniger... Naja, und der ist einfach... Ach, du Scheiße. Das ist halt echt nicht mehr normal, Leute. Ich glaube, er sollte sterben jetzt, oder? Wird er so sterben? Okay, er wird so sterben. Tatsächlich, okay. Krass. Warte mal, bekomme ich trotzdem Schaden? Ja, ich bekomme trotzdem Schaden. Ach, du Scheiße. Oh, mein Gott, Leute. Jetzt machen wir noch einen Riesen ein. Sehr schön. Jetzt wird das ein. Sehr schön. Jetzt wird das ein. Sam, wir... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Gib mir eine Skeletterarmee. Gib mir deine Skeletterarmee. Wo ist die? Wo ist die Skeletterarmee, Bro? Na, wo ist... Da ist die Skeletterarmee. Da haben wir sie ja. Okay, ich hätte es auch natürlich anders machen können. Alter, der hat einfach... Das ist schon echt... Nicht mehr normal, Leute. So. Loggen wir das. Nice. Sehr schön. Schaut eigentlich jemand von euch... Diese Clash Royale League, oder wie auch immer die heißt. Würde mich mal interessieren, ehrlich gesagt. Okay, er geht noch nicht auf. Ist okay. Diese hier... Wie heißt die League? Clash Royale League. Ihr wisst, was ich meine. Da wurden die quasi... E-Sports von Clash Royale. Wie heißen die nochmal? Das hatte ich gesagt vergessen. Aber würde mich interessieren. Wundervoll. Wir haben auch gewonnen. Sehr schön. Ich schaue es ab und zu mal. Ehrlich gesagt, wenn es um E-Sports geht, schaue ich eigentlich immer nur League of Legends. Aber Clash Royale kann auch ziemlich unterhaltsam sein. Vor allem, weil... Es ist ja nicht wirklich ein Teamspiel. Natürlich gibt es auch 2 gegen 2 in Clash Royale. Aber 2 gegen 2 interessiert mich nicht so, okay? Okay, also ich finde es persönlich, muss ich sagen, besser 1 gegen 1. Ich liebe das, okay? Und wenn die sich aufregen, wenn die verlieren. Also da gibt es schon ein paar geile Momente auf jeden Fall über Clash Royale. Aber na gut, was können wir machen? Können wir mal was kaufen oder so? Ich habe 1000... Boah. Ich habe so viele Leute noch dieser Juwelen. Aber ich behalte die erstmal. Es gibt keinen Grund, um die nicht zu behalten. Wir können aber die goldene Truhe hier in die Warteschlange tun. Genau. Und einfach weiterspielen, würde ich sagen. Lass uns keine Zeit verschwinden. Wir wollen nämlich mehr gewinnen. Das ist das Ding. Okay, lass mal sehen. Meine... Okay, also wenn ihr nichts macht, werde ich einfach loggen, Leute. Aber ich kann ja wirklich nichts machen, okay? Und wenn ein Ballon kommt oder sowas, kann ich Feuerball einsetzen. Okay. Riesen. Interessant, Leute. Sehr interessant. Naja, eine Sache ist klar. Wir werden auf jeden Fall den Prinzen spielen, okay? Das sollte eigentlich klar sein. Okay. Werden wir ihn mal komplett zerstören, Leute. Okay. Jetzt werden wir Magen hier ein. Um das zu verteidigen. Uh, er hat... Okay, nicht schlecht. Oh, verdammt. Ich hätte diese M können, aber die sind eh tot. Ist okay. Und ich habe noch ziemlich high einen Prinz auf jeden Fall auf dem Fels. Was jedenfalls so schön ist. Level 10er. Wie gesagt, die sind alle von den Leveln her wirklich nicht so... Ja, nicht so krass, Leute. Okay, lass mal den hier machen. Einfach so. Ich könnte mal ein Riesen spielen, aber das wäre, ich glaube, ein Fehler. Stopp-die? Nee, leider nicht. Okay. Wird er irgendwas machen, um sie zu beschützen? Nee, wird er nicht. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah. Okay. Das wäre Prinz auf jeden Fall ein. Und dazu packe ich auf jeden Fall noch einen Riesen, weil er hat jetzt... Oho. Oh no. Oh nein, ich würde nicht... Oh, ich habe... Oh nein. Okay, das war klasse. Mini-Packer war unerwartet. Na gut, er muss trotzdem was gegen den Prinzen machen. Immerhin. Immerhin, Leute, aber... Oh mein Gott! Oh Gott! Aber Mini-Packer ist ein Problem. Ich muss auf jeden Fall den dunklen Prinz behalten. Ich muss. Also, weil der dunkle Prinz ist halt so gut gegen Mini-Packer. Ich hätte jetzt halt nicht erwartet, dass er Mini-Packer hat, aber... Anscheinend ja. Lass uns nochmal... Oh, what? Okay. Jetzt wird nochmal den Prinz ein. Jetzt wird das ein. Boah, er geht so aggressiv rein, ne? Nicht mehr normal, Leute. Okay, ich lasse die Maskettinnen nochmal dort. Boah, sein Mini-Packer, ey. So nervig, ne? Das ist okay. Ja, sämen wir ihn mal. Wir wollen nicht, dass er zu viel Schaden bekommt. Okay, er spielt richtig gut. Er spielt echt gut. Oder ziemlich gut, tatsächlich. Bisschen zu gut. Meins achtens nach. Okay, setzen wir das ein. Setzen wir das ein. Und das ein. Können wir mal was sagen? Welche... Ne, nicht wirklich, ne? Dann haben wir den hier. Wunderschön, Leute. Sehr gut. Der sollte sich drum kümmern. Und das war's, oder? Ja, wir haben gewonnen. Hmm. Interessant. Das ist halt das Spiel. Also Mini-Packer habe ich nicht erwartet. Aber wie gesagt, wir hatten den dunklen Prinz dagegen. Und er hat versucht, mich auszutricksen. Ey, super aggressiv gegangen. Hätte auch geklappt. Nee, Mini-Packer. Vor allem, ich habe ja keine Schwarm-Truppen. Ich habe ja nicht sowas wie Goblin-Gang im Deck, okay? Deswegen... Kontert Mini-Packer mein Deck komplett. Das ist halt das Ding, Leute. Machen wir weiter. Huh. Gegen Lodi. Lodi, was geht ab? Na, alles klar. Wieder Level 10er. Damn. Ja, es ist ja einfacher, jetzt die Trophäen zu bekommen. Deswegen... Normalerweise denke ich, ich könnte das so bis... Naja, wie soll ich sagen? Bis... Ich sag mal so 5.100 Trophäen, denke ich. Reicht mein Skill-Level. Aber ich weiß es nicht genau, okay? Okay, wir werden es sehen. Okay. Ich werde es mal machen, Leute, weil er Musketieren eingesetzt hat. Also wieso nicht? Behalten wir mal selbst. Und? Oh mein Gott. Ah. Okay, sein Turm ist auf jeden Fall down. Was schön ist, auf jeden Fall. Ich werde loggen müssen. Oh, warte mal. Zifft der Lock? Oh, nee. Ich lasse das mal so. Den Lock... Warte mal, hat er jetzt den Turm getroffen? Ich glaube ja, ne? Eigentlich können wir verteidigen, Leute. Wir müssen nicht mehr machen. Wir können ernsthaft nur verteidigen. Das steht fest, weil ich meine, unser Turm ist auch ziemlich heile. Jetzt können wir Feuer... Oh. Ups. Ah ja, ist nicht schlimm, weil... Dass er hätte sowieso seinen Königsturm aktiviert. Tja, wie machen wir das jetzt? Wollen wir nur verteidigen? Ich würde sagen, wir verteidigen nur. Ja. Auf jeden Fall sogar. Hm. Was hat er jetzt für Karte? Er hat Musketieren. Er hat... Hm. Ich weiß nicht. Er hat Open... Royal Giant könnte das sein, ne? Das könnte auf jeden Fall Royal Giant sein, Leute. Oh, nee. Das ist blöd. Sähen wir mal. Ist der beste Zap ever. Boah, seine Valkyrie lebt noch. Level 12, Valkyrie. Ey, Leute, diese Level, die die hier haben, ne? Ist einfach so unnormal. Okay, ich verteidige das, weil ich weiß, er muss Elixier jetzt für die rechte Seite ausgeben. Aber ich denke... Tja, was denke ich, Leute? Jetzt nehmen wir Feuerball ein. Na gut, dann würde ich sagen, Leute. Wir fangen an mit dem Riesen-Push. Ist okay. Okay. Letzen wir das ein. Machen wir den hier. Hier werden wir sie selben. Sehr schön. Verteidigen wir, Leute. Wir verteidigen tatsächlich. Letzen wir das ein. Mega... Oh, ich spiele aber nicht so gut, muss ich sagen. Feuerball auf jeden Fall. Schnell. Okay. Er muss immer... Ich gebe mir mal den rechten Tor haben. Wieso denn auch nicht, Leute? Obwohl, wisst ihr was? Ich will, dass er noch mehr Elixier ausgibt. Oh mein Gott. Jetzt muss er noch mehr Elixier ausgeben. Das heißt, ich kann zum Beispiel... Okay, nice. Das hat es geschafft. Nicht schlecht, Leute. Okay, machen wir den hier und das war's. Ich habe halt nun mal drei Spels in meinem Deck, okay? Ich habe Feuerball, Lock und Zap. Das heißt, wenn sein Turm 400 Leben hat und selbst wenn ich nicht zum Turm komme, das kann mir egal sein, weil ich sein Turm einfach trotzdem zerstören kann. Das ist halt das Gute. Okay, nice. Sehr schön. Dazu Gold sag ich nie. Nein, Gold ist richtig gut, Leute. So, jetzt wird es wahrscheinlich langsam schwerer werden. Das steht fest. Na, lass uns weitermachen, Leute. Mehr Trophäen bekommen. Ansonsten bin ich nichts wert. Ihr wisst doch, wer das Leben ist, Leute. Nur wenn man Trophäen hat, ist man was wert, okay? Nur wenn ihr Trophäen habt. Wenn ihr keine Trophäen habt, dann seid ihr nichts wert. Okay, nicht pass. Nicht pass, nicht pass. Wir wissen beide, dass die Wahrheit ist, okay? Oh, okay, ich sehe es. So einer bist du also. Weißt du, du bist einer dieser Typen, die nerven. Einer, die nerven, okay? Ich meine, ehrlich gesagt, das war ein verschwendeter Babydacher, okay? Ich werde jetzt mal gucken, was... Ah. Okay. Machen wir den hier? Verteidigen wir mal unseren Prinz. Lass mal sehen. Oh, what? Haha, let's go. Oh, what? Was hat er da bitte für eine Karte? Ne, ist das ein Scherz? Ist das ein Scherz, oder? Alter Schwede. Hat er irgendwas, um das zu verteidigen? Ich habe keine Ahnung. Wow. Oh, mein Gott. Ah, das ist auch ein Level 11 war übrigens. Muss ich ja was machen, oder kann ich ja was so stehen lassen? Normalerweise bekommt er nicht so viel Schaden, ne? Mit einem Zap. Gar keinen. Okay, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen so wie bei Fledermäusen. Fledermäuse zu 5 kriegen manchmal einen Hit und die sind ja genauso schnell und ich glaube sogar Fledermäuse sind schneller. Und diesmal werde ich so Elektromagier einsetzen, weil ich weiß ja, was für Karten er hat. Aber warte mal, das ist nicht so gut gewesen, ne? Ah, das ist nicht so gut gewesen, Leute. War sogar ziemlich schlecht, weil der Elektromagier... Okay, es war okay, weil er noch das halt droppen muss. Hm, machen wir mal den hier. Halt, der Entferno-Turm ist nicht mehr der, der immer war. Okay. Das Ding ist, der Entferno-Turm, die haben die Zeitspanne, seine Zeitspanne von 30, von 40 auf 30 verändert. Was ein großer Unterschied ist. Das war nicht so gut, Leute. Oh my God. Mal mit dem hier. Genau. Wow. Schafft, Leute. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Überzeug doch deine Lage nicht, Bruder. Überzeug doch deine Lage nicht. Okay, wollen wir das machen. So. Da sollte ich ihn töten. So, auf jeden Fall. Wir können selber jetzt. Jetzt können wir so viel selber einfach, wenn wir wollen. Machen wir mal, nur Spaß. Okay, machen wir den hier. Machen wir den hier. Warte mal, ich komme nicht mal so nicht an seinen Turm landen, ne? Das ist ja echt krass, Leute. Ich komme dort, würde ich glaube nicht so wirklich an seinen Turm landen. Oh, nee. Oh, nee. Bitte eliminieren den Loser, ey. Oh, eliminieren ihn einfach. Er hat Rage übrigens. Nummer 10. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Spiel, Leute. Ich habe ehrlich gesagt kein gutes Gefühl. Nopi-Dopi. Alter Schwede. Wieso ist ein Pekka denn so mächtig, Alter? Wieso ist ein Pekka denn so mächtig? Aber er konnte mich halt komplett mit seinem Deck, ne? Wir können seinen Pekka gerne kiten. Problem ist, ich habe jetzt kein Elixier mehr. Was nicht das Geilste selber ist. Ja, es ist nicht so gut. Es ist nicht so gut, was da abgeht. Machen wir den hier. Den hier. Oh, no. Okay, ein paar Hits kann er bekommen. Oh, je. Ho, ho. Oh, nein. Links. Links. Ich habe es nicht gesehen. Oh, Gott. Oh, wow. Er hat sogar... Ah. Ich dachte, hätte er Pekka eingesetzt, wenn ich nach rechts klang. Aber leider... Es lag nicht mehr am Level, tatsächlich. Es lag einfach da, weil Pekka kontert mich unnormal, okay? Also, Pekka kontert den Giant. Das sollte klar sein. Außerdem, gegen Pekka sind Karten gut, wie zum Beispiel Skelett-Armee. Okay? Und die hatte ich nicht. Aber wir können gerne mal das Deck wechseln. Aus Spaß. Jetzt nicht, weil ich verloren habe, sondern einfach aus Spaß. Zum Beispiel hier. Oh, das Deck ist so geil, Leute. Ihr könnt mich übrigens wissen lassen, was ihr noch so sehen wollt. Oh, das feiere ich ja auch mega. Okay, das hat sogar Tombstone. Wollen wir es mal probieren? Level... Oh, mein Gift ist Level 10. Oh, ich wünsche euch, ich hatte ein besseres Gift. Das wäre so geil, Leute. Ich würde das so feiern. Leider habe ich kein besseres Gift. Gift Level 10 ist ziemlich schlecht. Aber sonst sind alle Level 11, was okay ist. Oh. Das Deck ist auch klasse. Mit dem gewinne ich auch sehr, sehr oft. Aber ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Oder einfach mal... Nee, das Deck, wenn ich nie 3. Also, wenn ich irgendeinen Deck ersetzen sollte. Ich nehme mal das Deck, weil... Ich habe Bock auf das Koboldfass. Vor allem ist es auch Level 11, das Koboldfass. Und meine Koboldgang ist Level 12. Also, das ist schon ziemlich geil. Oder weißt du, was ich nehme das hier? Ohne jetzt so lange nachzudenken. Weil, ehrlich gesagt, ich liebe... Also, eine meiner Lieblingskarten ist wirklich der Blastrock Kobold. Ich liebe den, Leute. Der ist mega geil. Aber na gut, jetzt haben wir wenigstens einen kleinen Turm zu verteidigen, okay? Wie gesagt, das war nicht, weil ich verloren habe, sondern ich wollte ein bisschen Abwechslung einfach haben. Dann machen wir den hier. Okay, reicht das? Nee, das wird nicht reichen. Level 12 war Hulk Rider. Bruh. Ach, du Kacke. Oh, no! Ich gebe auf. Nehmen wir mal das andere Deck mit Prinz, Feuergeister, Koboldgang. Ich brauche mehr Swarm-Truppen, okay? Ich bekomme nur Mini-Packers, nur Packers. Und dieses Deck ist zum Beispiel ein richtig gutes Deck, okay? Also, ich liebe das Deck. Das Ding ist, die Meta hat sich verändert. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch ein richtig geiles Deck ist. Aber, ehrlich gesagt, ich sehe keinen Grund, wieso nicht. Wieso das nicht gut sein sollte. Wir werden es... Oh, nein, 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 nein. Stopp, 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 okay? Ne, chill, chill alive, jetzt mal ehrlich. Jetzt stellen wir erstmal den hier. Genau, den Usa. Der sollte tot sein, auf jeden Fall. Kein Grund, um jetzt mehr zu platzieren. Definitiv kein Grund. So. Okay, wie machen wir das jetzt, Leute? Zerben wir die mal. Okay, damit sie tot ist. Und wieder Kobold Gang. Kobold Fass, meine ich. Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute. Okay, wir machen aber guten Schaden. Wow. Ey, Kobold Fass... Alter, das macht so viel Schaden. Das ist ja unnormal. Leider haben wir wieder keinen Lock, was ein bisschen schade ist. Aber wir wissen eine Sache. Er wird ihn auf jeden Fall dort platzieren. Was aber nicht die beste Idee ist, Buddy, weil... Jedes Mal, wenn du das machst, passiert immer wieder dasselbe. Das ist nicht die beste Idee. Würde ich sogar sagen, oder? Er hat diesmal halt anders gemacht. Aber es hat nichts verändert. Oh, nee. Okay, ich lasse sie mal chargen, Leute. Ist okay. Lassen wir sie chargen. Ist okay. Mehr Schaden. Wir brauchen mehr Schaden. Okay, Sepp. Erseppt. Haben wir dasselbe Deck? Nein. Wir haben ein ganz unterschiedliches Deck. Hahaha. Oh, ich hab... Oh, stimmt. Das Deck ist tatsächlich nicht mehr so gut. Das Deck ist nicht mehr so gut, weil... Inferno-Turm ist nicht mehr gut. Also, ich würde ganz ehrlich sagen, wir machen so, dass wir Inferno-Turm gegen Tesla tauschen, okay? Das sollte normalerweise die Prinzessin auftöten. Oh, mein Gott. Ach, du Kacke, Leute. Das ist halt echt mega witzig, ne? Ist halt richtig witzig, Leute. Machen wir das so. So. Kobold Gang. Geh hin. Nice. Das mussten wir tun, Leute. Geh nicht anders. Oh, no. Okay, das war gut. Nicht schlecht von ihm, Leute. Sogar ziemlich gut von ihm. Können wir das irgendwie... Nee, das war's, oder? Hm. Okay, machen wir den hier. Also, wenn wir Inferno-Turm gegen... ...gegen Tesla eintauschen, dann wäre das Deck richtig gut wieder. Ich weiß jetzt nicht, was für Level mein Tesla hat, natürlich. Aber sollte okay sein. Das ein. Das ein. Das sollte okay sein. Machen wir den hier. Okay, nice. Wie gesagt, Inferno-Turm gegen Tesla. Und das sollte komplett okay sein. Ja, definitiv. Na gut, na gut, na gut. Nicht schlecht. Ich mach's, oder? Oh, nice. Wir können das jetzt sogar machen. Jedes Video könnten wir eine... Also, zehn weitere Spiele machen. So, dass wir hier weiterkommen. Das sollte ziemlich gut sein. Ich weiß gar nicht, ob nur Siege benötigt werden. Oh, Kobold-Käfig. Yes. Tesla. Oh, mein Gott. Will ich irgendwas ändern? Hm. Sperrkobolde. Brauche ich die denn wirklich? Nicht wirklich. Können wir das mal ändern? Oh. Okay, das war okay. Ich bin zufrieden. Können wir das einfordern? Golds. Juwelen. Skelette. Sperrkobolde. Skelett-Army. Ice-Golum. Hm. Was brauche ich nicht so wirklich? Der Skelett-Army ist schon ziemlich geil. Der Ice-Golum ist auch geil. Nehmen wir mal Sperrkobolde weg. Sehr schön. Sehr schön. Das liebe ich. Und das Ding ist, da wir Gold haben, können wir jetzt einfach... Wo ist es? Lass uns mal kurz sehen. Tesla, ne? Ah, genau. Tesla kostet so viel. Verbessern wir erstmal. Wir können so viel verbessern mittlerweile. Nochmal! Oh, mein Gott. Level 12! Jetzt ist das Deck richtig gut. Können wir nächstes mal gerne testen. Also, wenn ihr sehen wollt, wie wir 5000 Rufälen bekommen, lasst den da oben noch oben da. Wird auf jeden Fall ziemlich geil. Also, ja. Für mehr davon lasst den da oben da. Abonnieren kostet uns, um keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviere die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Und du gehörst zu locken, Gang. Check meinen neuen Kanal, meinen Instagram und meine Merch in der Beschreibung aus. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1, 2...